Ich habe mich ein bisschen von dem Springbrunnen beleiten lassen. Jo Leute, was geht? Schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zurück zu PVZ BFM mit mir. Eure Whitey-Freunde, schön, dass ihr da seid. Ja, herzlich willkommen zurück. So Leute, ja, ich habe mir jetzt überlegt, dass wir hier richtig Gas geben, Leute. Und zwar möchte ich sehr, sehr gerne goldene Platitrophäe möchte ich gerne haben. Leute, da fehlt noch einiges. Ja, wir werden jetzt hier auf Platin gehen. Und heute steht an, warte, 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 warte. Hier ist alles nur noch mit Abschüssen. Ich muss so viele Abschüsse machen. Abschüsse, Abschüsse, also mit Charakteren, die ich nie gespielt habe. Das hier. Hul bleiben. Besiege den Grubengiganten. Leute, ich wusste nicht, was das ist. Ich habe nachgeschaut, was das ist. Und zwar ist das hier drin. Ist das noch eine Mission von der Story. Und zwar hier beim Stallkönig. Da müssen wir wahrscheinlich noch den Boss besiegen anscheinend. Den haben wir wahrscheinlich noch nie gemacht. Also keine Ahnung, irgendwie war es am Ende zu schwer. Irgendwann war da gewesen. Ich erinnere mich ganz leicht, dass ich da gescheitert bin und ich so einen Hals hatte, dass ich aufgehört habe. Alter, das ist richtig laut. Ich sage, wir lesen dich mal auf einfach, Leute. Dann gehen wir jetzt rein in den Stallkönig, holen wir uns die erste Trophäe. Und dann schauen wir mal, wie das mit den Abschüssen ist. Denn wir müssen da nämlich sehr, sehr viele Abschüsse machen. Ich muss mit der Maisabschüsse machen. Ich muss mit dem 80er Jahre, mit Elektra muss ich Abschüsse machen. Mit der Eichel muss ich Abschüsse machen. Ich bin nur am Abschießen, Leute. Ich bin dem Vogel am Abschießen. Das ist so, wie es ist. Bring die Mausfliegen zum Bosseingang. Ja, wo ist der denn? Das ist, da ist der Boss. Wo sind Maus, da ist der Boss. Okay. Wo sind die Mausfliegen? Da. Okay. Auf geht's. Okay, ich muss hier durch. Das ist nicht gut. Okay, finde Mausfliegen. Wo sind die denn? Wo bin ich denn jetzt? Da. Komm ich da vorne hin? Da sind Mausfliegen. Komme ich da hin? Anscheinend. Warte mal. Ich mache erstmal die kaputt jetzt hier. Besser ist das. Wenn die hier gleich wiederkommen. Gar keinen Bock drauf. Mausfliegen. Okay, let's go. Wo muss ich denn hin? Ich mache mich aber schnell kaputt hier. Das sieht gar nicht. Ey, 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 ey. Ist doch gut. Ja. Ah. Okay. Gut. Okay. Anscheinend haben wir es nicht. Hier musste ich gar nicht lang. Wow. Das. Ah, das. Das ist hässlich. Ach, da drüben muss ich hin. Ah, ja, sag mal. Gehen die jetzt echt da hinten hin? Klappt das? Geht das? Es hat geklappt. Es hat geklappt. Jetzt muss nur noch ich da rüberkommen. Wie komme ich denn da rüber? Ah, IC Saal. Oh, okay. Kriege ich hier auch einen Stein? Hör doch auf jetzt. Mann, ich will doch nur da rüber. Oh, ja. Da sind die Plattformen. Ehre. Wuhu. Wuhu. Oh, nicht gut. Wuhu. Oh, das sieht sehr gut aus. Oh, das sieht sehr... Ja, Baby. Let's go. Das ist... Ach, hier ist der Boy. Ja, das ist doch einfach gewesen. Oh, hab ich doch noch nie gemacht. Das war ja jetzt so einfach... Oh, fuhu. Verhindere die Käse-Explosion. Käse. Käse auf Pizza. Käse auf Brot. Was ist denn jetzt los hier mit eurem Käse? Ja. Wer ist das? Nö. Ja, ein Lappen. Das war ein gruben Zwerg. Ich glaube, ich mach... Ich mach doch nicht die Platin-Trophäe. Kann ich wieder abhauen? Kann ich bitte wieder gehen? Bitte? Warte, der schießt Käse-Raketen auf mich. Stimmt der mit dir nicht? Mach ich den überhaupt... Warte mal. Bestimmt da drauf, ne? Aha. Aha. Jetzt auf die andere. Jetzt auf die andere Käse-Lampe da. Oh, nein, 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 nein. Oh mein Gott. Sehr gut, sehr gut. Oh, der da oben, der da oben, der da oben. Ja, hab ich auch... Und wo? Bin ich verkäselt? Warum? Guck mal hier. Von hier treffe ich. Von hier treffe ich doch nicht. Jetzt treffe ich. Ich kann den nicht... Treffen die Sch***. Ich glaub nicht, dass das hier die beste Entscheidung war, den zu nehmen. Den Pilz. Ich weiß nicht. Zwar schnell, aber... Hat nur die eine Attacke, ne? Der ist halt... Der ist ja wie hier mit dem Maulwurf-Dinger. Kennt ihr die hier? Wo du mit dem Hammer auf den Maulwurf hauen musst, so. Da kommt der immer wieder woanders hin. Nein. Was ist los, hä, du Stinky? Wo bist du? Er hitzt den Käse und der Pegel steigt. Okay. Ja, geschmolzener Käse ist ekelhaft. Das darfst du dir nicht zulassen. Die Käselava-Spitze erreicht uns... Oh Gott, was? Oh Gott, ich muss schnell nach... Ach so. Ich muss... Ach so. Oh Gott, ich muss nach oben. Machen wir mal den hier. Okay. Und jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Was muss ich denn tun? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Was gibt's denn hier? Jetzt kommt das erst. Warum denn erst jetzt? Warum denn nicht sofort? Will das Spiel mich fertig machen? Was ist das denn hier? Und jetzt? Das war's. Das war's. Checkpoint erreicht. Was für Checkpoint? Ach, ich musste hier einfach hier... Sehr alt. Hä? Welche... Welche Lampe jetzt, hä? Zack, 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 zack. Okay, 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 ja, ich sag, ja, gut, 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 ist okay. Ist okay, wir haben's kapiert. Ja, ich hab's kapiert. Okay, ich hab's kapiert. Okay, es geht weiter. Käse Lampe, kommt wieder. Boah, ich hasse die Map auch mit dem Käse, ne? Das geht gar nicht, dass euch mit ist. Die Map mit dem Käse geht einfach nicht. So, die nehmen wir alle. Hopps hier, hopps, genommen. Euch auch, zack, 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 im Frack. So, und du? Ja, ja. Ja. Dann überleg mal das wieder auf normal oder auf schwer, ne? Dann wär's das... Wer von euch wird da jetzt so reinjumpen, so, weißt du? So in flüssigen Käse, Alter, so Käse von... Käse von... Käse von... Käse von... Du... Oh, ist das ekelhaft. Oh, Käse von Dünen, so, was krieg ich nie runter, ne? Ich sag's mal, wie das ist. Wo ist der alte Wildaal? Der alte Streichkäse von Buko. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gott, echt jetzt. Scheiße. Und der kommt jetzt in der Mitte, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Feuer, Feuer, Feuer. Ah, gegrillte Shop, Jungs, wie auf dem Weihnachtsmarkt. Nein. Nein. Weihnachtsmarkt-Champions. Ja. Nein, der... Ach du Scheiße. Nein. Ich hab da nicht dran gedacht. Nein. Gut, gut, gut. Okay, aber da ist eine Lampe noch. Höchstens, höchstens. Was macht der denn jetzt schon wieder? Warum haut der denn jetzt schon wieder ab? Bei einer Lampe hätte er auch noch da bleiben. What? Warum denn da hinten, Alter? Komm her. Da ist die Lampe. Das ist... Das war's. Das war's. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha. Feenkönigin. Was? Jede Pflanze kann den Hut tragen? Hab ich ja noch nie gesehen. Wo ist mein Trophäer? Da-denn. Wo ist mein Trophäer? Da. Haben wir. Zeig ich dir sogar an, okay? Das steht cool, Blem. Hab ich gar nicht mitbekommen. Hut. Hut. Trophäer bekommen. 200 muss ich mit der Kaktea machen. Mit dem Major-Mais muss ich auch 200 haben. Obwohl, guck mal. Wir könnten versuchen mit der Kaktea. Pass auf. Warte mal. Mais habe ich auch erst 92. Pass auf. Das versuchen wir jetzt mal. Jetzt passt mal auf. Kaktea. Da fehlen jetzt noch. Mit der Kaktea fehlen jetzt noch 26. Pass auf. Das probieren wir jetzt aus. Das versuchen wir jetzt nochmal eben schnell. 26 Abschüsse. Versuchen wir normale Abschüsse. Und dann werden wir ja sehen, ob die normalen ausreichen oder was der von mir will. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Okay. 24, es wird zu brenzlig hier. 25. Nein, der zählte nicht. 25, 26, schnell weg hier und nachgucken. Nein, noch mehr. Da kommt einer für die Galerie. Ja, und du auch noch. Ciao. Oh nein, jetzt aber ganz schnell weg hier. Ah, noch einer. Wow. Gut. So, jetzt schauen wir mal kurz nach, ob das auch noch gezählt hat. Oder ob der nicht gezählt hat. Ja, das sieht nicht so gut aus. Wenn ich die wirklich alle wegmache. Doch. Zählt. Aha. Aha. Also zählen auch die hässlichen KI-Abschüsse. Ja, dann kriegen wir das da hin. Da werden wir jetzt die nächsten Folgen dann dran sitzen. Dann werden wir uns die alle holen. Jawohl. Da sehe ich uns. In dem Sinne alles Gute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Euer YT. Ciao. Auf Wiedersehen.